Hallo zusammen, ich bin Markus, Head-Coach Bitschweu Valhera. Ich zeige euch ein paar Übungen, die ihr gut zu Hause alleine machen könnt. Mal schauen, wie es klappt. Die erste Übung ist für das Zuspiel oben. Ihr formt mit den Händen den Korb, wo ihr den Ball hebt. Die gehen ganz tief, streckt euch, werbt den Ball oben weg und fangen ihn wieder gestreckt. Ihr nehmt den Ballkörper nach oben. Und alles ist aus einem Fluss. Jetzt bleibt der Oberkörper aufrecht. Die Bewegung startet aber immer noch aus den Knien. Dann in die Streckung. Dann nehmen wir die Bewegung aus den Knien weg. Oben strecken wir uns immer noch hoch. Und jetzt gehen wir ins direkte Zuspiel. Jetzt kommen wir zwei Formen mit der Manschette. In der ersten, die ist nur eins dabei, der bleibt gestreckt. Die zweite macht den Ärm ein wenig mehr und versucht den Ball zu begleiten. Und die zwei Formen können wir beliebig abwechseln. In dieser Übung geht es mehr um Ballkontrolle und Zeitwärtsbeschiebung. Wir spielen den Ball mit gestreckten Armen und wirft eine Manschette, aber nur einarmig. Jetzt sind wir dreimal nacheinander und verschieben links-rechts. Diese Übung könnt ihr beliebig variieren. Einarmig, abwechslungsweise oder zweimal rechts, zweimal links. Da könnt ihr euch kreativ ausleben. In dieser Übung probieren wir bald zu werfen, meinen Fuss drüber, Manschette machen und fangen. Falls es sehr gut läuft, könnt ihr ganz drüber pumpen. Ihr könnt auch Manschette machen und auch ein Oberstzuspiel. Zum Abschluss noch eine kleine Geschicklichkeitsübung mit zwei Bällen. Dann könnt ihr probieren, ob wir das auch so schaffen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen für das Training zu Hause bekommen. Viel Spass damit. Gute Gesundheit und bleibt fit. Tschau zusammen.